Herzlich Willkommen zu diesem Video und auch herzlich Willkommen zu diesem Testimonial. Und dieses Testimonial ist heute ein bisschen ein anderes. Ich zeige jetzt keine Details aus dem Video MakeFX, sondern ich stelle Ihnen heute einen meiner Facebook Freunde vor, der den Video MakeFX zum günstigen Preis erworben hat und damit schon tolle Erfolge und tolle Umsätze erzielt. Und wie er das macht und vor allem wie das dann auch Sie umsetzen können, das sehen Sie jetzt in diesem Video. Bleiben Sie dran. Ja das ist einer meiner Facebook Freunde der Andreas Kantschur. Der Andreas Kantschur ist selbstständig als Kommunikationsberater und er hat sich zum super günstigen Preis von ca. 50 Euro diesen Video MakeFX gekauft weil er eine coole Idee hatte. Ich zeige Ihnen jetzt mal welche Nachricht mich hier auf Facebook erreicht hat von ihm. Er hat mir hier geschrieben Danke habe schon ein Testvideo gemacht und eine Mail an die Kunden rausgeschickt. 99 Euro pro Video nehme ich das wird nett bin gespannt auf dein Tutorial. Ich mache hier mehrere Tutorials vor allem wie man diese Videos erstellt da kommen auch noch weitere aber darum geht es jetzt nicht. Ich habe dann zurückgeschrieben klasse Sache ich werde mehrere machen und so weiter und wirklich kurze Zeit darauf ganz kurze Zeit darauf das war glaube ich nur 1 oder 2 Tage kam dann diese Nachricht. So sieht das auf einer Kunden Webseite aus Schweizer Dorfladen Kunden Konzept und dann die Webadresse. Ich war ganz verblüfft bin dann auf diese Webadresse natürlich gegangen weil ich schauen wollte was er da gemacht hat und das ist jetzt diese Webseite vom Dorfladen St Peter Packig. Also da kann man ich sage jetzt mal wie wir in Österreich sagen richtig guter Schmankerler werden. Das ist etwas besonderes und gleich zu Beginn sehe ich schon dieses Video. Ich habe natürlich erkannt dass das das Video mit dem Videomaker FX ist dass es mit dem erstellt wurde. Und ja ich zeige Ihnen jetzt mal kurz dieses Video. Ja ich war ganz verblüfft das ist eine tolle Idee und man sieht das wird innerhalb kürzester Zeit von den Kunden angenommen. Echt coole Idee ich war absolut begeistert. Ja so einfach kann es gehen ein Video wie solches kann man wirklich mit dem Videomaker FX in wenigen Minuten erstellen. Man muss nur seine eigenen Texte und Bilder hier einfügen und dann ist das ganze erledigt. Es ist alles fertig und dafür kann man wirklich gutes Geld verlangen. Ich habe mir von einem absoluten Video Experten sagen lassen dass manche Agenturen für solche Videos mehrere tausend Euro nehmen. Wenn Sie hier für Ihren Kunden einen Mehrwert bieten wollen und solche Videos erstellen dann können Sie 99 Euro verlangen vielleicht auch 300 Euro werden auch viel bezahlen und dann sind Sie noch immer einiges günstiger als solche professionelle Agenturen die mehrere tausend Euro nehmen. Also ich finde das ist von Andreas Kantschur eine absolut coole Idee. Das können Sie genauso viel Unternehmen umsetzen und darum schlage ich jetzt vor klicken Sie jetzt auf den Link unter diesem Video und kaufen Sie sich Ihren eigenen Videomaker FX. Kostet noch immer so um die 50 Euro jetzt und das muss man ausnutzen bevor der Preis richtig durch die Decke geht und dieser Videomaker FX dann so viel kostet wie ein Camtasia Studio oder eine andere professionelle Software. Also klicken Sie jetzt auf den Link und kaufen Sie sich Ihren Videomaker FX. Bis zum nächsten Video.